Ja, hallo Willkommen, mein Name ist DaniloLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Crysis F. Wir sind immer noch in Wallbrick und wir müssen immer noch, mein Gott, wie weit verfolgt ihr mich, wir müssen immer noch mit Richard und den anderen hier die Zugbrücken runterlassen, damit wir Richards Armee hier durchlaufen lassen können. Und ja, wir müssen glaube ich nur noch eine, ach guck mal ja, nur noch eine Zugbrücke runterlassen und wir sind ja fertig. Und in der letzten Folge ist Richard ein bisschen ausgerastet, aber das lassen wir mal so stehen und ich greife schon wieder mit Kreis an. Muss doch gar nicht mehr. Wir haben den Stüssel aus so einem Turm geholt, den wir brauchen um die letzte Zugbrücke zu öffnen. Okay, das ist das Wort, das will reclaim the kingdom. Cool. Ja, wir müssen jetzt nur noch die letzte Zugbrücke führen. Ich glaube, die ist irgendwo oben links. Aber erstmal wieder ein Titel, ich will immer gemeistert sagen, erledigt. Ist auch falsch, egal. Äh, was können wir ihnen denn jetzt beibringen? Trennungseinheiten habe ich jetzt nicht gemacht, weil das wäre ein bisschen blöd, finde ich. Phantomimpuls. Donnerbeben. Ach, 1500. Irgendwelche leicht zu lernenden Drachen, äh, leicht zu lernende Drachen. Leicht zu lernende Fähigkeiten. Und... Nehmen wir... Mein Gott, das ist schwer. Ich weiß nicht. Irgendwas wird hier Kreis angefordert, das ist auch gut. Und war Tomimpuls gut. So, die anderen lernt noch. Ich meine, äh... Das letzte Ding wäre hier. Oder da noch ein weiter. Ich bin mir natürlich jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Eine Gift nachgegreift. Zack. Huh. Huh. Oh Gott. So, so viel. Aber halt, die auf böse eingestellt sind. Böse. Ja, das stimmt böse. Sind die ganz schön leicht zu erledigen, finde ich. Okay, hier reichen wir von mir nicht. Zack. Au, 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 au. Oh, nee, nicht gelähmt. Nicht gelähmt. Das ist kacke. Oh, nee. Oh, nee. Ich bin mir gar nicht so sicher, wo wir jetzt hin müssen. Ganz ehrlich. Nein, hier ist falsch. Das weiß ich. Ich glaube, unten war schon richtig, ne? Ich dachte doch, letztes Mal habe ich mich so schnell hier vorange... Letztes Mal bin ich so schnell vorangekommen, aber jetzt... Na ja. Er sieht mal wieder, was hier wirklich los ist. Ich habe überhaupt keinen Plan von irgendwas. Äh, hier bin ich falsch? Das Nebel. Momentan benötige ich ihn nicht. Was soll das denn heißen? Natürlich. Such den Apparat, der das Südtor hochzieht. Ich nehme mal an, der ist im Süden. Süden ist unten, oder? Ja, Süden ist unten. Nie ohne sei verwaschen. Hm. Oder Shampoo. Das überlasse ich euch. Jedenfalls unten. Ich meine, mehr als drei Parts werden wir nicht brauchen, oder? Das wäre ja... Gar... Merkwürdig. So. Südwestturm. Das ist doch hoffentlich richtig, oder? Wir sagen, dass ich hier richtig... Dass ich hier richtig bin. Ich bin ja falsch. Glaube ich. Weiß ich gar nicht. Maa. Egal. Ich werde schon den Ausgang finden. Also, die Brücke, die ich runterlassen muss. Äh. Wunderbar. Ich glaube, die war unten links, ne? So. Zur Fuß tauschte ich jetzt kaputt. Bäm. Oh Gott. Oh Gott. So. Da bin ich ausgeglichen, aber... Drrrr. Drrrr. Ich bin ja hier geblieben. Und wenn du so viel aus... Was hat denn? So, und jetzt... Sag... Und sag... Maa, ich wollte... Ich hab grad L1 gedrückt. Was ist das denn? Verarsch mich doch, die alle. Und dann hast du, Richard. Oh, you finally realized my great name. Quantum Impulse und Höllenfall. Cool. Der zwei neue Angriffe. So, ich glaub, hier ist immer richtig, ne? Kann ich vorher rein? Ich glaube nicht. Oh, hi. Was ist hier oben? Okay. Ja, okay. Hier sind wir richtig. Lass die Tore runter. Geil. Oh, so'n süßes Schwert. Okay, damit hätten wir das erledigt. Das ist das Klärchen. Aber ich mir absolut sicher bin. Okay, hier reicht noch. Ich meine, was reicht denn? Gar nix. Ein Vogel. Ein Tieflieger. Ich weiß, das Blut. Ich dachte, ich hab dir taught, deinen Garten zu behalten, bis die Behandlung zu Ende ist. Kapitän Malik. Usend ein kleines Team, um die Fortressen zu entdecken, und die Garten zu öffnen, war eine sehr gute Strategie. Aber dein Endgame war schrecklich. Wenn ich dich hier verletze, die Tide der Krieg wird mir verletzt. Würdest du nicht reagieren, Sein Herr Herr? Du würdest mich gefährden, selbstverständlich, wer ich bin. Die Knights haben sich mit dem neuen König. So, das ist mein Job. Ich versuchte, zu retten Prinz Richard gegen alle, die ihn verletzten. Selbst du, Kapitän. So be es, Asbel. Geben mir keine Karte, oder du nicht bekommen. Okay. So, 7.000 ist das viel? Äh, 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 äh. Aua. Oh Gott, Hilfe. Wo es kommt? Babys! Oh nein, Pascal. Ich kriege kein Risiko ein. Boah. Sobald die weg sind, ist es ein bisschen einfacher, oh Gott. Äh, ja. Halt uns erst mal, wollte ich gerade sagen. Da war knapp. Da war auf mich gerichtet. Gehst du weg. Gehst du weg. Ich kann mich nicht auf alles konzentrieren. Aua. Aua. Da fukk. Ähm, ja? Was soll ich denn jetzt bitte schön machen? Was ist gerade passiert, Mann? Komm schon. Gibt's doch nicht. Oh mein... Was ist das denn? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich muss ja nur einen hier von erlegen. Vielleicht soll ich doch erstmal einen Balik hier erlegen. Aua. Aua. Geh weg. Baa. Oh, Richard. Ey, könnt ihr mal... So viel heilen lassen. Ah, nein. Das wird gut an. Aua. Boah, Pascal. Was zum Teufel passiert hier eigentlich? Ich kann... ... still move. Obst, schickte der hier. Hm. Warte. Bist du als erster ran. Was hast du so gewollt? Mein Gott hältst du wenig aus. Aua, 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 aua. Nein, geh weg. Oh Gott, Hilfe. Was ist doch... Da kommt immer irgendein Angriff, der uns alle fertig macht. Okay, von was wirst du die ganze Zeit geheilt? Aua! Da ist der Ding jetzt zurückgekommen, der verdammte Boomerang. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Mann, hör auf! Können wir mal einer sagen, was ich hier machen soll? Nehmen wir noch voll viel AP. Ja, ist aber gut zu wissen, dass diesmal einer fast kaputt gegangen ist. Hmm. Scheiß drauf, einfach weiter versuchen. Mach's mal. Sollte man vielleicht die ganzen anderen Arzt hier einstellen. Hat sie, was? Ne, hat sie nicht. So, komm schon. Pascal, ich brauch dich. Ach, die so schnell an der Ellef, wenn sie das nervt müssen. So, Pascal, das geht mir langsam auf den Nerven. Ne, auf damit. Das war echt nicht so oft. Ma, bleib hier. Au, 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 leck mich doch an. Boah, den ist jetzt vollkommen egal, dass ich hier... Oh, okay, einen haben wir. So, okay, das geht so nix, hab ich das Gefühl. Machen wir das. Dann... 11 runter. Keine Ahnung. Also haben wir ja noch hier alles. Irgendwann hat meine Werte erhöht. So, jetzt kommen. Lächerlich langsam. Pascal. Aber sie aktiviert noch Höllenfeuer. Ja, ich halte es nie aus. Aber gut so. Ma, Pascal. Ey, was zum Teufel passiert hier eigentlich? Ich verstehe das nicht. Na gut, dann tun wir eben den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Seid ihr jetzt zufrieden? So, könnte ich mal nicht wahr sein. Ja, jetzt schafft man das, ne? Oder auch nicht. Ich bin weg von Sophie, ich halte es nie aus, Mann. Aber, aber ist gut. So, Pascal, du verrägst dich die ganze Zeit. Kann das sein. Und bin ich froh, wenn wir so Heil-Items haben, die mehrere heilen. Sag mal. Ne, ich bin nix. Ah. Muss ich doch noch ein bisschen mehr trainieren? Ich nehme es mir mit den zwei Rittern auf einmal auf. Aua. Oh, das war Phantom-Impuls, glaub ich. Aua, Aua. Das gut ist gut. So, jetzt nur du. Er wird die ganze Zeit geheilt. Ich halte es nie aus. Aber weg von ihm, weg von ihm. Kannst euch Pascal wieder blieben, wenn du Bock hast, Sophie. Aber ich mache es schon selber. Nein, Pascal. Renn weg. Ernsthaft. So, den müssen wir doch jetzt kriegen, ne? Nein, ausgerechnet von allen Dingern, die es gibt. Oh, 16 Minuten schon an diesem Kampf. Haut ihn kaputt. Zack. Oh Gott, was? Wie viel FP? Irgendwie haben wir es geschafft. Soll ich uns doch noch ein bisschen für den höchsten Schwierigkeitskarten trainieren? Hallo? Oh. Oh. You've grown strong as well. Captain. Your Highness. Duke Dollar report that we have successfully taken the fortress. There is little point in further resistance. Sie wissen, wenn Sie verletzt werden. Das ist zumindest ein honorierter Traum. Richard, warte! Captain Malak war nur was er denkt, was er richtig war. Er könnte ein wichtiger Teil von deinem König, wenn die Krieg vorbei sein. Ich werde entscheiden, wer in meinem König. Was ist passiert? Was ist falsch? Nein, das ist nicht ich! Richard! Ja, unwohl. Ja, unwohl. Ich werde das Leben später entscheiden. Für jetzt, lock sie in der Fortress, damit sie nicht erinnern. Ja, Herr. Richard? Ich muss mit Duke Thalen sprechen sprechen. Ich werde das Leben später sein. Ich werde das Leben später sein. Ich werde das Leben später sein. Danke, Captain. Nichts wäre das möglich gewesen, ohne deine Instruktion. Ich werde das Leben später sein. Ich werde das Leben später sein. Ich werde das Leben später sein. Das klang aber nicht so. Oh Gott, nein. Die will uns wieder fertig machen. So, wie komme ich hier runter? Okay, ähm. Okay, da ist kurz vor 5. Wie auch. Was ist das? Äh. Angriffszeichen nach Fallkrall. Äh. Angriffszeichen. Äh. Schon wieder. Äh. So, das sind so Buffdinger. Das ist doch mal gut. Flutschlag. Oh, ich muss unbedingt mehr trainieren. Also gegen die Bosse habe ich noch keine Chance auf den nächsten Schwierigkeitsreiter. Das ist schon mal klar. Und hier bin ich falsch. Äh. Hier komme ich hier runter. Hilfe. Ja, ob ich jetzt von links oder von rechts da runter gehe. Verstehe ich nicht die Gegner. Hier mache ich locker platt und dann kommen die Bosse und machen mich locker platt. Was ist das denn für eine Logik? So, jetzt kann ich hier seitlich rausgehen. Endlich gucken, was sich da befindet. So, wo ist Cheria? So, wir nach Cheria. Uh, Tua. Uh, Geld. Alles klar. Äh, lad mal meinen Mixer auf. Und einen Stempel. Neu Waffen. Was sind denn das für Sachen? Wieso kann ich denn schon so Sachen? Ach, noch nicht. Wo ist Cheria? Da unten ist Cheria, nehme ich an. So, was sind wir hier? Und du bist du? Ich bin Pascal! Total gut zu treffen, Sheria! Ja, gut zu treffen, dich auch. Also, was machst du hier? Ich habe eine Relief-Organisation gemacht, von volunteers von Lott. Ich wollte diejenigen helfen, die in der Krieg sind. Eine Relief-Organisation, oder? Du kam in der Krieg, um Menschen zu helfen? Das ist so total nobel und brav und so weiter. Komm schon, wir nehmen dich zu Richard. Ich bin sicher, dass er dich zu unterstützen wird. Er wollte den Duke sehen, oder? Also, wo ist das? Sophie, ich will nicht wütend sein, aber deine Haare ist schuldig und du bist mit Teufel. Wir kämpfen aber jeden Tag auf Leben und Tod. Entschuldigung. Nein. Was? Du solltest dich um sie zu beschäftigen. Ich bin um sie zu beschäftigen. Aber ich meine, komm schon! Es gibt nur so viel, was ich tun kann, du weißt? Ich glaube... Schau! Unsere König wird bald kommen, okay? Okay. Es ist nicht so, dass du ein paar Beine zu spielst. Ja, es wird. Dreckige Menschen sind nicht gesundheitliche Menschen. Jeder kennt das. Das hätte ich von der Hardcore-Zock reden jetzt nicht gedacht. Hört, dass ich mich daran noch erinnern kann. Okay. Okay. Stopp. Nicht Mimikar. Sie ist wie ihre Mutter. Ja, ja. Charrier begleitet uns. Als Selbstcharakter. Oh, wir wissen ja schon, dass du eine Heilerin bist. Hallo. Wir haben kaputtes Zahnrad bekommen. Oh. Alter Ausschau nach Richard. Ja, er hätte mich ruhig zu ihm bringen können. Voll lospack. Ähm. Gucken wir mal. Ach, wo war der nochmal? Ich glaube, der war in diesem Turm, ne? Der Turm, der ist in der Mitte. Gibt's nicht. Sieht nur oben und unten. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Im Eiltempo. Ich glaube, noch ein Hörer? Nee. Geht auch gar nicht. Warte mal, so bin ich hier richtig? Ich weiß, als wenn ich nicht weiß, wo ich lang muss. Oh, hi. Haha. Das wusste ich. Was? Preis der Gewalt. Was? Warte mal, Aspel. Du wirst sich nicht schaust. Du musst bei Richard stehen bleiben. Mann. Kannst du das glauben? Richard hat total zu diesem Mann auf den anderen. Richard ist nur Mensch. Wenn jemand jemand gebetet wird, werden sie wovere. Gehhh, du wirst nicht alle wovere mich nun. Heh. Tja, wie ich das jetzt brauche. Okay. Okay. Dann nach oben. Wird er bestimmt da oben sein, oder? Wenn er jetzt nicht da oben ist, ne? Oh, hi. Das wusste ich. Der Typ sieht immer aus, als hätte er voll Stress. Das wäre die ganze Zeit entsetzt. Der falsche King wird bald verbrechen und fallen. Mein liebster Papa muss sich in seinen Böten schreien. Das ist Richard? Asbel, du bist hier. Gut. Wir haben eine lange Zeit. Wenn Morona fallen, die Krieg wird über. Dann wird dieser Land wissen, was es bedeutet, um die Wahrheit zu treffen. Hm? Wer bist du? Scheria Barnes. Es ist ein lange Zeit, dein Herr. Scheria? Du hörst mein Appell und kommst in der Krieg? Nein, ich... Bewege nicht. Als ich meine Tronung zurücklechne, werde ich die guten Menschen von Lott schützen. Scheria kam um die Wurden zu helfen. Ah, excellent. Ich habe viele Menschen verletzten, und deine Fähigkeiten werden die meisten willkommen. Danke. Gehäuern unsere Alliäuser muss dein größte Priorität sein. Wie solltest du die Prisodierungen nicht ignorieren. Was? Those who lend aid to my uncle are no better than beasts. Even their wounded deserve no mercy. They're still citizens of Wendor. Those who stand against me have no place in my kingdom. But Richard... Everyone must know the consequences of disloyalty. This is why I plan to have the traitors executed. They nearly killed me. Their crimes are unforgivable. Death is the only thing those scum deserve. Richard, no! You have to reconsider! Do you really think so, Asbel? They weren't fighting you because they wanted to. Only a coward would kill his own citizens out of fear. You dare lecture me on the rules of proper kingship? No! I'm just trying to help! Silence! I will hear no more of this! Don't forget your place, simply because I have shown you kindness! Your highness! Take his highness inside and fetch a doctor immediately! Hey, ich kenne nur einen Professor Doktor, aber egal. Asbel Lott, you are suspended from duty. We shall consider your recent behavior and decide an appropriate punishment. Oh, okay. Do you want to have on record? What's going on? Are you and Richard fighting? But your friends... Friends? Yeah, we are friends. But I just don't know what he's thinking anymore. Ich bin Angst über ihn, auch. Ich weiß, er ist niemals so schrecklich. Seine Königin hat ergerufen. Außerdem, wir haben entschieden, um die Entscheidung über die Füße der Präsenz. Für jetzt, sie bleiben unter Gott hier in Waldridge. Vielen Dank. Du bist, wie gesagt, um sich zu entfernen von dem Prinz. Ja, Herr. Du bist frei, um uns zu kämpfen zu kämpfen. Aber wir werden keine besonderen Träten vermitteln. Entstanden, Herr. Was für eine Sonderbehandlung? Wir sind doch irgendwie hier reingestürmt und... Naja, egal. Oh, hey, Sharia! Sind Sie alle fertig, die Wunden zu zappen? Also, was sollst du jetzt tun, Asphel? Von wie der Duke sprach. Ich weiß nicht, wie viel länger ich hier werde. Willst du zurück in Lant? Ich habe kein Platz in Lant. Du wißt, das. Aber vielleicht, wenn du es über sprachst. Ich kann trotzdem helfen. Ich kann trotzdem helfen. Aber... Wer weiß! Vielleicht wird er seine Gedanken ändern oder was. Um... Und ich... Und ich... Und ich... Und ich... Ich kann auch... Ich kann dich auch... Wenn du mir einfach liebst. Alles klar. Wenn das, was du willst, Sharia. Danke. Danke. Ich... Und... Und mein Gott. All ihre Dinger sind... Fast... Daneben also sofort. Sind fast auf Maximum. Power. Okay. Haben wir irgendwelche neue Ausrüstung für sie? Nö. Sie hat schon Stahl. Nebel. Seiden. Okay. Rotes. Rotes Band. Okay. Wird schon gehen. Vielleicht schalte ich für sie auch erstmal ein paar... Ein paar... Titel frei. Mal gucken. So. Ach, ich bin ja... Ich dachte nicht mehr ganz unten irgendwo. Warte mal. Ich bin doch im... Ah. Dann soll ich meinen Speicherpunkt machen. Ich mache hier einen Schnitt. Genauer gesagt. Den hier. Zoom. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.